Musik Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Guck mal, wie, äh, wie, wie, wie Olle, sag schon, wie er grinst, ne? Unfassbar, der Mann. Unfassbar. So, gut, wir gehen jetzt Richtung Lando. Ja, der wartet auch schon auf uns. Entschuldigung, Mister, Entschuldigung. Nein, das war wieder falsch. Nein. Das wollte ich doch gar nicht. Ich bin jetzt mal getreten. Lando, ich bin sofort da. Ich muss mal ganz kurz hier die Wolkenstadt ein bisschen zerdeppern. Man muss ja auch schließlich wissen, dass ich da bin. Und ich finde, Han Solo macht das eigentlich ganz gut. So. Okay. Winterschlafplatz, Level starten. Ja. Druin-Trie-Jäger. Alle sind eingeladen. Oh nein. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Oh, lecker Hühnchen. Eine simple Anlage. Aber sie dürfte ausreichen, um Luke Skywalker für seine Reise zum Imperator einzufrieren. Wir werden sie testen. An Käpt'n Solo. So habe ich mir diesen Deal echt nicht vorgestellt. Ich liebe dich. Ups. I know. Er lebt. Er befindet sich im tiefsten Winterschlaf. Gut. Bringen Sie Käpt'n Solo zu Jabba, dem Hutten. Bereitet nun die Anlage für Skywalker vor. Charisjan. Bringen Sie die Prinzessin und den Wookiee zu meinem Schiff. Ja. Der hat ein Bier mit Darth Wailer gemacht. Was haben Sie eigentlich vor? Ich gehe nirgendwo hin, bis wir Han nicht aus den Händen dieses Kopfgeldjägers befreit haben. Dann holen wir den Falken und halten ihn auf. Oh, kann ich? Nicht Orlando. Lando. Mensch. Ich lerne es doch mal. Hey. Was hast du hier zu suchen? Galrissian. Ad Lord Vader Ihnen nicht befolgen, die Gefangenen zu sein Schiff zu bringen. Was? Und ihre Fesseln. Lassia. Hilfe. Nein, nicht Orlando. Oh, nicht Orlando. Ach, du lebst ja noch. Wenn man ein paar Tage nicht gespielt hat, dann ist man wieder voll raus. Irgendwie. Jetzt habe ich dich. Äh. Bauen? Ja. Ist nur die... Dieses Schutzding, ne? Genau. Okay. Also hier kann ich... Ich ziehe mich mal sicherheitshalber um. So. So, denn wenn man umgezogen ist, glaube ich. Ähm. Denken natürlich die Sturmtruppen, dass man dazu gehört, oder? Kranate werfen. Okay. Ah. So, ihr wisst ja, ne? Jedi-Status ist alles. Ja, was ist mit euch los? Hi. R2? Komm mal her. Äh, Quatsch. C3PO? Komm mal her. Ach, das ist, glaube ich... Geht ja mit ihm gar nicht, ne? Entschuldigung. Hab mich da leider vertan. Ach, da ist er. Okay, wartet, wartet. Hier. Verwenden. Oh nein, was hat mich denn jetzt gemacht? Nur kurz drücken, nur kurz drücken. Kennwort erlangen. Ach so, okay, wartet. Hab ich falsch gemacht? Moment. Hab ich. Esszimmer Wolkenstadt, Kennwort erlangt. Okay. Okay. Und jetzt? Ja. Okay, hab ich. Alles klar, alles klar. Ich hätte ja sein können. Ähm. Dankeschön. So, ich vergesse jetzt irgendwie heute, dass ich ne Waffe hab, ne? Okay, das geht nicht. Scheiße. So? So? Ihr braucht doch keine Angst haben. Äh, R2? Äh, Quatsch. C3PO, hallo. Da bist du. Ach, ja. Geh mal weg da. Bestätigen. S-Zimmer. Äh. War das richtig? Au, angenommen. Au. Oh, da ist ein Minikit, Leute. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich komme hier irgendwie nicht so wirklich voran. Wir räumen den ganzen Tisch ab. Aber wirklich viele Steine habe ich noch. Ich kriege ja hier irgendwie auch nur die Silbernen. Okay. Hm. Okay. Also ich muss sagen, dass mir manche Dinge tatsächlich in der Star Wars Saga etwas besser gefallen haben. Also zum Beispiel das neue Kampfsystem hier, damit komme ich irgendwie nicht so wirklich zurecht. So. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen eigentlich? Ne, hier war ich noch. Oh, das ist sogar ein Terminal für mich, ne? Wartet mal, ich bin da verkleidet. Von daher dürfte das eigentlich funktionieren. Kann ich diese Wandbille auch kaputt machen? Aha. Okay. Also ich finde auch die Optik manchmal sehr irritierend, wenn ich ehrlich bin. Ne, ich will die nicht zerlegen. Ne, da komme ich nicht. Alles klar, alles klar, alles klar. So. Dann einmal hier ran, bitte. Achso. Gedächtnistraining, Leute. Gedächtnistraining. Oba Fett. Knallt jeden ab, der versucht, durch diese Tür zu kommen. Aha. Der Millennium Falke darf die Landeplattform nicht verlassen, klar? Er ist es. Und das ist Boba Fetts Schiff. Boba Fett. Kommen Sie, Prinzessin, wir müssen zum Falken. Meine Leute sollten den Hyperantrieb inzwischen repariert haben. Sollten? Sie sperren mich aus. Das ist meine Stadt. Meine Stadt! Scheint so, als hätten Sie Sturmdruck gefallen. Darum sollten Sie sich mal kümmern. Wenn nur R2 hier wäre. Ich vermisse diesen vorlauten kleinen Droiden doch tatsächlich. Ja, das glaube ich dir auch. Wir holen uns diese Schlüsselkarte zurück. Was ist denn jetzt los? Ah, ihr macht es schon, wa? Ihr macht es schon. So. Kann ich das auch kaputt machen? Wow. Ja. Oh, ich mag doch keinen Bosskampf machen. Hm. Boba Fett ist ein Boss. Ich habe da noch gar nicht in jede Status. Ja, ja. Ihr braucht keine Angst haben. Ach, lasst mich doch mal durch, Jungs. Oh, Alter, was ist denn hier? Okay. Hm. Hm. Ich liebe es, aber es ist, deine Leser mal zu verhören. Milch kriegt ihr nie! Milch kriegt ihr nie! Ha, ha, ha! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Äh. Hm? Wie komme ich da jetzt durch? Kann ich... Kann ich den kaputt machen? Nee. Hm. Hm. Ja, hm. Ach, da muss ich ziehen. Habe ich gar nicht gesehen. Aha. Lando? Müssen wir die Plätze tauschen? Nee, wartet mal. Doch, das ist Lando. So, jetzt. Nicht? Ah, wartet. Da war gerade die Glühbirne. Hm. Moment, Glühbirne? Nein. Oh, jetzt habe ich den wieder getauscht. Moment, Moment, Moment. Da. So, was muss ich jetzt drücken? Ah, jetzt habe ich es. Ja, das Prinzip habe ich noch nicht so ganz verstanden. Dankeschön fürs Befreien. Dafür werden diese imperialen Hunde bezahlt. Ja, ja, ja. Hm. Es ist... Putz... You, 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 you. Hmm. Hmm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, die Angst, die sie mal haben, ne? Unfassbar. Ihr braucht doch keine Angst haben. Ich bin's doch nur. Oh, Lendo. Äh, Lendo. Ich lerne das nicht. Erstmal den Wolkenkratzer von der Decke geholt. Okay. So. Was haben wir hier? Einfach kaputt machen. Also, irgendwie hab ich so das Gefühl, hier passiert nicht viel. Achso, muss ich hier auf den Klappen? Nee. Was ist hier? Oh. Komm mal her, Baby. Waffe nehmen? Ähm. Ich hänge? Ich kann nix mehr machen? Ah, okay. Was immer das jetzt auch gewesen war. Uh. Raketenwerfer. Na, sage mal, Baby. Äh, Lendo? Ich komm nicht zu Lendo? Hä? Achso, das ist nur für sie, ja? Okay. Na denn? Was? Was? Achso, ich hab's fallen lassen. Ich stepp. Wow. 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 Vielleicht sollte ich doch mit Lendo spielen, damit sie die Waffe behält. Die Raketenwerfer. Warum streikt dieser Nick? Truppen, ich brauche Verstärkung. Ach, krass. Ihr braucht keine Verstärkung. Oh, ey. Die Kamera manchmal. Gefällt mir gar nicht. Ich hab so das Gefühl, mein Balken wird auch nicht wirklich voll, oder? Kann ich da noch was kaputt machen? Kann man da was drücken eigentlich? Ah. Ich verstehe. Alles klar, alles klar. Ich hab verstanden. Achso, da war ich doch schon. Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, wie man dauerhaft zielt. Wie war denn das? Ähm. Doch, jetzt ziehe ich dauerhaft. Alles klar. Ähm. Nein. Ja. Ach, das ist doch der R2, ne? Hä? Ja, ja. ENDO? Also dieses Gejammer von dem... Wow. Na komm schon. Gut, jetzt gehen wir einfach mal weiter, oder? Obwohl... Ich hab so das Gefühl, wir kommen den Ziel immer näher. Okay, ein Fahrstuhl... Oh Gott. Ein Fahrstuhl ist schon kaputt. Oder klemmt, oder... Aber muss ich? Ich muss da aber nicht... Uh... So ne Dusselz, ey. Oh, ich hab nen Stein. Oh, da ist... Da ist ein Dings drin. Gut, hier kann ich nichts machen. Aha, ich muss noch spawnen. Hä? Nehmen? Ne, ne. Okay. Das solltest du nehmen. Was? Was? Hm. Ah, ich muss mich da irgendwie festhalten. Wartet mal. Ablegen. Moment. Hä? Üh. Horizontal hatte ich kurz... Moment. Äh... Moment, also was hat das jetzt hier mit dem zu tun? Ah, ich muss die, glaube ich, da reinstecken, oder? Wartet mal. Moment, nehmen? Nein, nicht das nehmen. So, nochmal. Nehmen. Da vorne muss ich es reinstecken, oder? Nee. Ihr sagt es. Ablegen. Nochmal. Ich, ich weiß nicht. Muss ich irgendwas da kaputt schließen? Oh weih, ist das eine Optik, Leute. Nee, muss ich nicht. Nee. Ich komme da nicht ran. Ah, jetzt. Meine Güte. Den habe ich mir jetzt aber auch verdient, oder? Na gut, meine Lieben. Okay, also, was ich jetzt hier mitmachen muss, mit dem hier, ist mir ein Rätsel. Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwo kann ich denn rein? Vielleicht da vorne. Wartet mal. Das machen wir nochmal eben. Okay, da war die Waffe. Ah. Hier muss es rein. Alles klar. Alles klar. Da geht's zum Falken. Gut, meine Lieben. Also, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, für eure Likes und Kommentare natürlich. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Habt noch einen superschönen Ostermontag. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye. Bis dann, ihr Lieben.